Wir sind alle nicht zufrieden mit dem Punkt. Wir haben zu Hause gespielt. Unser Ziel war, dass wir die drei Punkte holen. Es war ein Derby und wir können nicht zufrieden sein mit unserer Leistung und mit dem Ergebnis auch nicht. Leider nur ein Punkt. Ich glaube, wir waren die spielbestimmende Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute, haben auch mehrere Torchancen gehabt im Laufe des Spiels und mit einem unglücklichen Gegentor auch einen Ausgleich kassieren müssen und leider nur ein Punkt drin. Aber sonst wäre aus meiner Sicht auch drei verdient. Natürlich wollten wir die drei Punkte, aber so ist es eben im Fußball. Es ist gerade schwer zu sagen, warum es zuletzt häufig in den Anfangsphasen sich so anfühlt, als würden wir das Spiel gewinnen, liegen in Führung und können doch keine drei Punkte mitnehmen. Klar müssen wir das analysieren und besprechen. Die Freiburger haben es gegen den Ball recht clever gemacht, haben uns im Mittelfeld eigentlich fast manngedeckt und auch vorne gut zugestellt, die Passwege zugemacht in die Halbräume und so kamen wir eigentlich nie so zu unserem Spiel, wie wir es wollten. Klar freue ich mich über mein Tor. Ich hoffe, es folgen noch weitere, mit denen wir eben auch gewinnen können. Unser Spieltempo muss auf jeden Fall viel höher sein. So kommt man einfach nicht nach vorne und zu Torchancen und das müssen wir auf jeden Fall verbessern Richtung nächste Woche, weil Augsburg ist auch ein sehr unbequemer Gegner, schwer zu bespielen und wir wollen es nächste Woche natürlich besser machen. Die Trainingswoche war auch sehr positiv und ich gehe davon aus, dass es genauso weitergehen wird mit Fokus auf das nächste Spiel.